Hallo und Herzlich Willkommen wieder zurück bei Final Fantasy X Dankeschön, wir sind jetzt hier Aufgestoßen, wir sind jetzt hier am Ende der Mihenstraße Hallo Binter sah Sorry Ah, forgive me, Sir I meant to say pardon me, but it came out in Albed Oh, you're in Albed Mm-hmm I am Rin, owner of this establishment Hela du Sadwi Huh? It means nice to meet you Ah, well, uh, Hela du Sadwi to you too Mm-hmm If you are interested, Albed primers can be found all over Spira Finding them and learning our language might be fun Here, let me give you one in commemoration of our meeting Although you might want to be careful where you speak our language Sehr gut, jetzt haben wir den achten Band auch schon bekommen Yeah, I hear our bed aren't liked much Oh, uh, sorry A Deky Krisa Ah! Someone help! The Chocobos! That's our cue, let's go Okay Huh? Oh, thank you for your help Please, use this Megapotion x2 Leck mich am Arsch Huh? So, die Gespräche haben wir jetzt hinter uns Wir machen ganz kurz die Speichern Ich weiß, es ist ätzend Aber dann sparen wir uns die Gespräche Falls wir abstürzen sollten, sag ich mal Ab hinaus Machen wir das Fisch platt To the Chocobo Corral Schau mal kurz hier Oh Das Chocobo Monster Chocobo mir Schauen wir anfeuern Oder Ich würde fast sagen Wir haben mal drauf Ohohohohohoho Ähhhh Kann man mal Vielleicht trifft das, ja? Ha, perfekt Er ist blind So, ich glaube, das ist Oran's Auftritt. Jawohl, Kraftbrecher funktioniert auch. Warte! So, wir werden aus einem Kliff geflogen. So, wir werden aus einem Kliff geflogen. Attack now! Push it back! Okay, Attack now. Wir nehmen Lulu. Feuer hat euch ganz gut geholfen zu haben. Und drauf. Ha, ha, ha. So, er ist nicht mehr blind, aber jetzt ist er gleich wieder blind. Weiß gleich, bist du dran? Spinnst du oder was? Oran, komm her. Jetzt bist du fällig, ey. Oh, ho, ho, ho. Letzte Felixweater. Scheiße. So, Juna. Feuer also, ja? Leider hat der Wacker keine MP mehr. Um nochmal blind zu machen, ist sicher nicht verkehrt gewesen. Schauen wir mal, wie lange I-Frick du hältst. Jawohl! 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 Das wird nicht schön sein. Aber die Ekstase ist auch sehr geil. Oh, das ist auch sehr geil. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Ich hoffe, er schlägt nicht so toll hinzu. So weit kommt es aber nicht, du Affenarsch. So, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt bist du dran. Ich hoffe, das ist auch geil. Ich hoffe, das reicht. Ich vollidiot. Ich hätte Feuer auf Ifrit machen sollen. Ja, im Nachhinein ist mir immer klüger. Wir haben keinen Äther mehr, oder? Nee. Die neue Titels, Lulu. Lulu, komm. Wir haben keine Felix-Feder mehr. Nix da, nix da, nix da. Schau mal, wie sie Valvaris schlägt, so. Schallschwiebel macht es ein bisschen weniger Schaden, dafür ist sie schnell. Valvaris kann auf Feuer, das heißt, wir hätten vielleicht gar nicht so schlechte Chancen. So, das ist eine Flugbestie, ja? Okay, boom. Ja! Ha! Aua! Ha, verrück! Sehr gut! Komm, ich füge zum Zug, das ist wie ein Gelbschützer. Na, bitte. Das war unser erster Endgüter, was ein bisschen mehr drauf hatte. Brauchen wir gar nicht machen hier. So, ich wollte einfach mal neben der Hütte schauen, ob da noch was ist. Nicht wirklich. So, gehen wir kurz zum Sperrerpunkt. Nicht zum Sperren, sondern zum Wiederheilen. So, auch die Beste sind jetzt wieder fit. Und wir werden uns gleich mal wieder über das Ferro-Brett schmeißen. MP um 20 gestiegen. Ah, Sperrweh um eins ist nicht so prall, aber besser wie nichts. Juna. Und jetzt ist es. Und jetzt ist es. Ability, Modigard erlernt und 400 hp mehr jetzt. Tidus, was machen wir mit dir du? Nein, da werden wir falsch. Wir gehen da hin, oder? Geschick um 3 gestiegen, gut. Abwehrkraft um 2, auch sehr gut. HP um 200, auch sehr geil. Wacka! 200 HP! Reflex um 1, ja. Ist okay. Oh, hallo! Ja, will ich. So, schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Auch diese Musik wurde überarbeitet. Oh! Oh! Puh! Wurde man schon mal, ob ich mit dem Ding noch nur gehen kann. Oh! Oh! Wurde Federn. Genau, bei den Chocobo Federn. Yeah! Feierland zu erhalten! Juhu! Süß! Band 9, jawoll! Nach unten müssen wir auch noch auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt kommen wir unten lang, ne? Schon so lang her. Ja, perfekt! Ich glaube, jetzt geht's nicht so schnell, dass man doch noch sieht, was da alles ist. Zum Beispiel eine Feder. Elekantlinge erhalten! Na bitte! Datenball erhalten! Na bitte! Wieder zurück. Na bitte! Nimm das halt auch mal so rum. Nee! Na bitte noch eine Feder. Die Glücksferiote sind extrem selten. Dann nix mehr. Ruhe. Saturnmarke, jawoll. So, hier wären wir runtergekommen, wenn uns das Viech runtergestoßen hätte. Brauchen wir noch nicht. Nichts so nötig. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Hier geht's. Dann geht's. Okay. Da, 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 da. So, hier auch wieder durch und jetzt müssten wir auch gleich wieder da sein. Da, 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 da. Da, 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 da. Da... Da waren wir schon. Steigen wir mal wieder ab. Danke, lieber Chocobo, Chocobo. Wir speichern jetzt hier mal ab So, die Straße ist gesperrt und ob wir durchkommen, das werden wir herausfinden Allerdings erst in der nächsten Folge von Final Fantasy X Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Bis dahin